Hey ihr Lieben, seid gegrüßt! Heute zeig ich mir euch die neuen Mangas von Altrabus und ich hoffe, ihr seid bereit. Auf geht's! So, womit fangen wir an? Virgin Road, die Henke Ronera zu Leben Band 2, der Manga-Adaption. Dann haben wir noch mehr als dann, was ich 2, geht nämlich auch um innere Werte. Mal wieder ein cooles Titel. Dann haben wir Wizzio, die lang erwartete Manga-Adaptionsfortsetzung, weil die ersten beiden Wände kamen ja bei Tokio Poporos, wie ihr wissen. War wohl nicht so erfolgreich, ist ja auch schon ein bisschen näher, oder? 5 Jahre, Minimum oder so? Ich weiß nicht, ob sie das auch gemacht hätten. Und ich weiß auch gar nicht, ob die noch lieferbar sind. Ja bestimmt, ich glaube Band 1 nicht, aber der zweite ja. Wer will Band 2 haben, wenn man da ist. Egal, auf jeden Fall, Wizzio, The Manga mit 5 Bänden ist jetzt da. Worum geht's bei der Story? Da geht's um diesen Typ, der stirbt und versucht aus dem Loch rauszukommen. Genau, da wird in eine Welt beschworen, mit der besonderen Fähigkeit, die Rückkehr vom Tod. Und das Ganze wiederholt sich immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis der Engwein rauskommt. Genau. Ja, es ist halt Geschmackssache. Genau, auf diesen titelgebenden Menschen, also angehen. So, dann haben wir... Colette beschließt zu sterben. Und Colette beschließt uns ein extra beizulegen. Und zwar ein Schlüsselbund. Sehr cool. Oh, Goblin Slayer. Goblin Slayer, Manga Nummero 12. Und wer Manga sagt, muss auch Light Novel sagen. Nummero 13. Dann haben wir... Dead Mount, Dead Play, 5. Was haben wir noch? Die Schatten aus unserer Vergangenheit. Aus unserer Vergangenheit. 7. Mal... achso. Ich habe 30 Jahre an der Schleim getötet. Du hast versehen das höchste Level erreicht. Nummer 10. Soweit schon. Und da gibt's auch ein Novel. Genau. Ballacht. So. Dann wolltest du gerade mein Isekai Leben sagen, oder? Mein Isekai Leben? Genau. Mit der Hilfe von Schleim zum mächtigsten Magier in einer anderen Welt kommt ja auch das Anime-Druckers. Dann gibt es Prinz Freya. Entweder als normale Edition, Band 4 oder... Oder in der Limit Edition. Mit einem kleinen Mini-Artbook, wie mittlerweile gewohnt bei Altraverse. Und zwar ist da sowas toller so ein Mini-Manga und... Das ist ja mega cool. Das kostet bestimmt 12 Euro, ne? Das kostet... na, hat Zao richtig geraten? Ja! 12 Euro. Dann haben wir noch... Was haben wir noch? Der Schleimreiseführer in das Land der Dämonen Nummer 8. Mein Star bekommt ein Anime, ne? Richtig. Das heißt... Hatten wir das schon erwähnt? Ne, ich glaube, seitdem hatten wir noch kein neues Ziel zur Altraverse. Aber jetzt haben wir es erwähnt. Ich habe letztendlich auch den ersten Band geholt, weil, wie ihr wisst, werden bald die ersten Bände alle ausverkauft werden. Also, kriege ich euch jetzt am besten die ersten Bände, weil... Ja, die kommen dann wieder nach. Richtig. Aber bist du nicht ein Mensch, der immer Erster schlagen will? Hast du das nicht mal gesagt? Hm... Und Aufwand. So. Dann kommt meine, manchmal ist das anstrengende Verlobte 4. Und noch ein Neustart. Lover's High. Meine Freundin. Ihr Freund. Und ich. Gibt's auch wieder einen Showstar. So. Um was geht es denn? Für Aroko scheint es im Leben nicht so richtig zu klappen. Seit 4 Jahren studiert sie schon, hat aber immer noch keinen Freund und findet auch keinen Job. Als dann noch ihre beste Freundin einen Lover findet, reicht es Hikaru und sie meldet sich bei einer Datingaband. Doch nachdem sie mit ihrer netten Junge namens Kento die Nacht verbracht hat, beginnt das Chaos. Ja. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Groß Ben. Genau. Woher fangen wir an? Mit Radiant 7. Haben wir schon den alten Stand überholt? Ich bin gerade umgekehrt. War das mit Band 6 oder? Ich glaube noch ein Band. Und dann haben wir es hinterher. Genau. Haben wir die ersten beiden Schuhe. Okay. Und dann geht das jetzt weiter mit dem Top Titel. So. Du riechst so gut, Numero 7. Dann haben wir noch... Adelaide und das... Entschuldigung. Mann war vergessen. Hadeleid. Das süße Leben. Band 3. Dann gibt es eben... Ah, der letzte neue Start. Und zwar ist das My Witch. Hat bisher vier Bände. Ist, wie man sieht, eine... Webtoon. Webtoon, ja. Genau. Da geht es um eine Hexe, die ist unbeliebt und wird immer schikaniert. Genau. Und noch um ein paar andere Charaktere. Aber... Was ist das? Was ist das? Eine vermutliche Hexe. Wissen die, ob das eine Hexe ist? Das muss man selber herausfinden. Ja. Indem er es liest. Ich hoffe, ich habe das noch nicht gespoilert gerade eben. Nein, das auch nicht. So. Okay. Frieren. Wissen Band 3. Schon gelesen? Ne, noch nicht. Sieht ganz interessant aus, aber noch nicht gelesen. Sieht interessant aus. Ne, Anime gab es davon schon, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder gibt es noch? Irgendwas habe ich gelesen. Aber es ist geschmacklich. Ah, du. Nummero 4. The Dungeon of the Black Company. Nummero 7. Und dann natürlich noch... Ein Novel. Genau. Schon der 6. Unverkennbar. Solo-Leveling. Der Novel. Wie viele Bände gab es nochmal? 10? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war eine richtige Anfrage. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie viele Bände es davon gibt. Dann gibt es natürlich noch etwas beim Händler eures Vertrauens extra. Und zwar die Vorschau. Was demnächst erscheint. Vom April bis Juli. Oh, ziemlich spät, ne? Wir haben schon nie und nie. Jo. Warum immer das jetzt erscheint. So, da haben wir es schon mal vorgestellt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne. So. Und dann natürlich... Was gibt es Neues? Was wird verschoben und so weiter? Was gibt es Neues? Was verzögert wurde auf Juli? Barakamon 18 Abschlussband mit Chuba. Ah, warum? Das tut mir sehr leid im Herzen. Das ist wegen dem Chuba. Genau. Charon 78, wo ihr schon eine Collectors Edition habt. Charon 1 plus Collectors Edition. Aber das werde ich euch zeigen demnächst. Dokumi-Besucher hatten das schon die Möglichkeit. Alle andere müssen auf Juli fahren. Ja. Weil eine kleine Marge schon produziert wurde. Colt die Kreatur, also alle Eigenproduktionen. Colt 2 plus Collectors Edition. Geheimnis von Sketch Pro 3 plus Collectors Edition. Kann ich verstehen. Ist ein Hardcover. Genau. On or Off 4. Auch als Collectors Edition. Radiant 8. Und Radiant die Komplettbox mit 5 bis 8. Soll hoffentlich alles im Juli erscheinen. Aber mal gucken. Ist viel mit Hardcover und so weiter. Charon wird auf jeden Fall im Charon. Das ist auf jeden Fall ganz viel Papier, was da gedruckt wird. Aber was wurde nachgedruckt? Wenn wir schon mal drucken sind. Plüschmond 1. Boycebiz 1. Der stärkste Held mit dem Maler Schwäche Nummer 1. Ich bin ein mächtiger Meemuff. Und die war als Kätzchen bei einer Elfe 3. Solo Leveling. Solo Leveling. Warte. Geht doch nicht rechts schon bevor. Ganz zweit. Das ist ja alphabetisch. Erstmal kommt On or Off Band 3. Radiant 1. Läuft anscheinend ziemlich gut. Raeliania. Warum sie verlobt. Das ist Yuki Voodoo 1. Und Tokyo Alien 2. Und bald kommt das Anime. Also wird es noch besser. Genau. Was sind unsere Empfehlungen, bevor ich sofort weg bin? Radiant. Und das war's. Und falls du ihn hier sehen. Peace. Schau. Beleitet euch raus. Viel Spaß beim Verkaufen. Das war sein Highlight. Bei mir ist... Hm. Nicht so ganz einfach. Ach. Leider nicht so ganz einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ich sowieso nicht so viele Manges von Alteren unterstütze. Aber ich habe vor kurzem auf der Messe Re Zero gekauft. Band 1. Hatte ich schon davor, vor zwei Jahren gekauft. Auf portugiesisch. Und jetzt ist das Ganze auf Deutsch da. Ähm. Oh. My Reach hatte ich auch gekauft. Und das wär's. Ja. Als nächstes kommt. Heißen Manga, vermute ich mal. Und wir sehen uns halt nächste Woche wieder. Bis dahin. Peace.